Ja, das ist das Weik. Der Vogel ist noch da. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Sieht so aus, ob der Nest weg ist. Okay, der Nest weg. Da sind auch deine Jünger weg. Traurige Salami. Wo ist denn der Rest? Schwierig. Ja, im Dunkeln erkennt man auch den Scheiß. Ja, ich find's nicht. Aber der Vogel sieht tatsächlich echt deprimiert aus. Ja, keine Ahnung, mehr als ein paar Federn. Und so... Hab ich nicht finden können im Garten. Scheint so, als ob der weg ist. Hier ist auch noch eine Feder. Ja, traurig. Hier. Ja, keine Ahnung, man. Irgendwie haben sie die echt gut umgesiedelt, dass ich die nicht finden kann. Also, das ist ja nicht mein Garten. Ich hab nur die Erlaubnis hier zu chillen. Oder... Oder... Sie haben die eiskalt... ...vernichtet. Ja. So ein happy, offenes Ende so, ne? Ja, zieht euch das mal rein. Hab ich aus YouTube geklaut. Ich hab ein Menü bekommen, ne? Da steht... Scheibe Graubrot, Scheibe Weißbrot, Camembert. Es ist Obst im Haus, ne? Hier haben wir Brot, Graubrot, Weißbrot und dann Tee. Tee habe ich gerade angeschenkt, ne? Und dann Butter. Da ist Butter. Es ist Butter im Haus. Und dann... Paprikastreifen. Und... Wo ist der Paprikastreifen? Die wollen mich hier eindeutig verhungern lassen, also... Camembert ist da und der Nudelsalat. Aber wo ist der Paprikastreifen? Das ist eine Verschämtheit unten. Wer hat mein Paprikastreifen geklaut? Joa... Ich zeige euch mal was hier. Ja, ich bin ein Kackmaus. Hier sieht man das. Auch... Lampe. Ja... Ich spiele Isaac und ich habe den dritten Fliegen-Scheiß aufgenommen. Und... Seht euch das mal an. Ja, ich bin der... Der... Der Fliegen-Kacklord. Ja, ich... Zeige euch mal was. Schaut mal, wie gekühlt es geht. Also, ich bin so... Scheiß... Äh... Ja... Ja... Finde ich sehr gut. Finde ich super gut. Äh... Ich... Ich... Ich feiere das. Also, ich... Ah, da komme ich nicht rein. Was geht denn da ab? Oh, da ist schon was drin. Na, was kann ich nicht holen? Egal. Gehen wir mal da. Hier bestimmt auch was. Ja... Mach mal den Boss, ne? Mach mal... Mach mal den Boss. Ja, mach mal... Ja, den Boss. Ah, ich habe schon den Boss gemacht. Stimmt. Ja... Aber es... Es geht wie durch Buddha oder so. Es ist... Es geht... Es geht echt wie durch Buddha. So wie durch Buddha geht es. Da traue ich mich sogar in diesen... In diesen Ding. Ja, also... So viel Eier habe ich. So viel Eier habe ich. Äh... Dieses Tats. Ah... Dieses Tats. Dieses Tats. Dieses Tats. Ah... Dieses Tats. Ja... Schön sowas. Das ist... So spielt man alle sehr gerne. Ja... Oh, die sind so scheiße. Also so spiele ich Isaac nicht gerne. Die sind so scheiße. Die sind richtig scheiße. Bei denen muss man immer von hinten kommen. Und mehrere Seiten, so wie meine Witze. Und... Boah... Boah... Jetzt habe ich mir auch selber Abon gemacht. Und Pimmelscheiße. Also Scheiße, die aus Pimmelshaus kommt. Sogar 99 Geld ist ja super. Boah... Ich passe überhaupt nicht mehr auf. Ja... Ich nehme auch auf. Ja... Ich habe gesehen. Ich habe 50 Abos. Also... Text ist geschrieben. Melodie nicht so. Die ist irgendwie scheiße. Aber... Ja... Das macht meine Videos ja auch aus, ne? Die sind scheiße. Ja... Da kennt euch mal, wie ich den Boss mache. Fertig. So schnell kann es gehen. Sweet Suffering. Joker. Joker habe ich schon Joker. Habe ich schon hier. Mache ich nochmal Joker. Und... Ja... Pfff... Dann sieht man sich das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Den Anfang schon verkackt. Ja, ebenfalls. Hier bin ich also wieder. Bei Mams Herd. Kriege ich das hin? Schaffe ich das? Ja? Denkt ihr das? Glaubt ihr an mich? Yay! Ich habe es geschafft! Das war schwer. Jetzt kommt der Scheitan rum. Dafür habe ich den Scheiß aufgehoben. Nee, brauche ich nicht. Range Down brauche ich nicht. Ich habe übrigens den Sound ganz ausgemacht. Ach nö, ach nö, Alter. So keinen Bock auf die Geiste. Die sind so scheiße. Jetzt bin ich noch falsch abgebogen. Ey! Komm, ja. Fick dich doch. Stirb doch endlich. Ein Pimmelgesicht bist du. Scheitern. Scheitern. Ja, ja. Ja, ja. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, 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 no, oh, 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 nu, oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020